Noven Siles. Noven Siles ist eine Gruppe von Engelswesen. Noven Siles ist aber auch manchmal eine Gruppe von Gottheiten. Noven Siles sind also Gottheiten und Engel. Sie gehören zu den Engeln, die Blitze austeilen und Donnerschläge. Also die Noven Siles, könnte man sagen, sind die Kräfte von Jupiter, von Zeus, von Indra, von Thor und von Donar. Es gibt neun Engel, neun Noven Siles und diese sind Tina, Cupra, C-U-P-R-A, Menvra, M-E-N-R-V-A, Summanus, S-U-M-M-A-N-U-S, Vejovis, V-E-J-O-V-I-S, Setlans, S-C-T-H-L-A-N-S, Mars, Mantus und Erkle, E-R-C-L-E. Die Noven Siles wachen darüber, dass die Dinge immer wieder erneuert werden. Die Noven Siles sind auch diejenigen, die dafür sorgen, dass man nicht zu bequem wird, dass man es sich nicht zu gemütlich macht. Und wenn wir es uns zu bequem machen auf unserem spirituellen Weg, dann gibt es Blitz und Donner und es gibt Unwetter, die uns aus unserer Bequemlichkeit herausholen. Die Noven Siles sind auch diejenigen, die irgendeine verwirrend. Vielen Dank.